Zoe ist Marketingmanagerin bei HelloFoodies, einem Lieferservice in Boston, New York und San Francisco. Sie möchte eine kundenorientierte Marketingstrategie entwickeln. Doch das verbraucht zu viele Ressourcen und erfordert eine zeitintensive Planung, wie zum Beispiel beim Erstellen neuer Kampagnen. Bei der Suche nach einer Lösung, um Ihre E-Mails zu automatisieren, stieß sie auf eine Vielzahl an Tools, die jedoch entweder Coding- oder HTML-Kenntnisse erfordern oder bei denen sie ein komplett neues System verwalten müsste. Zoe benutzt zum Glück MailChat, einen E-Mail-Serviceanbieter mit einem einfachen Marketing-Tool zur Automatisierung, mit dem Benutzer eine relevante Customer Journey erstellen und ihren E-Mail-Versand leicht verwalten können. Viele Personen melden sich auf HelloFoodies an, ohne etwas zu bestellen. Deshalb möchte Zoe neue Benutzer mit personalisierten E-Mails und relevanten Informationen begrüßen, um sie zu zahlenden Kunden zu machen und dadurch den Umsatz zu steigern. Mit Passport, dem Drag-and-Drop-Editor von MailChat, kann Zoe automatisierte E-Mails innerhalb weniger Minuten erstellen, wie schon jetzt für ihre Marketing- und Transaktions-E-Mails. Jede Nachricht kann an verschiedene Benutzer angepasst werden, ebenso wie an die jeweiligen Städte, in denen HelloFoodies tätig ist. Um weitere Szenarien zu konfigurieren, kann Zoe sich auf Tom, den Entwickler bei HelloFoodies, verlassen, der MailChats-API mit ihrer Webseite und der App verbinden und eigene Workflows erzeugen kann. Um ihre automatisierten Kampagnen zu verbessern, kann Zoe jederzeit auf geschäftliche und technische Berichte mit detaillierten Informationen zur Leistung und Zustellbarkeit ihrer automatisierten E-Mails zugreifen. Besuchen Sie MailChat.com, erstellen Sie Ihr Konto, und beginnen Sie, automatisierte E-Mails zu versenden.